Hallo Film-Fraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Dieser Film braucht keine Einleitung, es geht um Star Wars, das Erwachen der Macht. Nur so viel sei gesagt, es ist ein spoilerfreies Video. Es wird nochmal einen Spoiler-Talk von mir in den nächsten Tagen geben. Den werde ich unten in der Infobox verlinken. Von daher jetzt ohne Spoiler einfach durchhören. Viel Spaß. Das Filmradio mit Dante 30 Jahre nach der Schlacht von Endor geht es wieder um das Thema Gut gegen Böse. Und beide Seiten sind auf der Suche nach dem verschollenen Luke Skywalker. Die einen wollen verhindern, dass er wieder Jedis ausbildet. Und die anderen wollen ihn halt einfach finden und brauchen seine Hilfe. Ich bin ja schon mit Ehrfurcht, aber auch einer gewissen Zuversicht in den Film gegangen. Und um die Katze mal gleich aus dem sogenannten Sack zu lassen, mir hat der Film wirklich richtig gut gefallen. Das erste Mal im Kino diesen Fließtext und die Star Wars Musik zu hören war richtig toll. Und gerade der Anfang fühlt sich richtig, richtig gut an. Ich bin toll in den Film reingekommen. Alles wirkt vertraut. Aber doch ist vieles richtig frisch. Und das ist klasse. Dieses Gefühl zwischen Frische und Vertrautheit zieht sich für mich durch den ganzen Film. Es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten und Anspielungen auf alte Filme. Aber das hält sich auch alles irgendwie in Grenzen. Die neuen Charaktere finde ich gut, aber da geht natürlich wirklich noch einiges. Aber so wie ich das beurteilen kann, war Luke Skywalker im allerersten Star Wars Film ja auch noch nicht so der geile Typ. Also Rey und Finn haben noch Luft nach oben. Kylo Ren finde ich klasse und total interessant irgendwie. Mehr dazu in meinem Spoiler-Review. Aber das ist ja auch toll, dass diese Charaktere noch nicht fertig sind. Weil das hat man auch schon in diesem Film, das Erwachen der Macht gesehen ist, findet einfach eine Charakterentwicklung statt. Und das wird jetzt auch noch über die weiteren beiden Teile, würde ich so einschätzen, so weitergehen. Das ist wirklich toll und interessant zu sehen, wie sie sich verhalten und weiterentwickeln. Der Film hat auch wirklich richtig viele lustige Momente, die überhaupt nicht stören. Es ist ein richtig lustiger Star Wars Film. Und ein ganz dickes Lob gibt es für die Lichtschwertkämpfe. Die sind nicht so durchchoreografiert mit Rückwärtssalto hier und Schraube da. Sondern die schwingen einfach nur den Prügel und wollen sich den Kopf abhacken. So sieht das aus. So brachial kommt das rüber. Das ist cool. Zwischenzeitlich war es mir dann aber doch ein wenig zu viel. Sei es von der Action oder vom Inhalt, von dem was passiert ist. Und ich glaube, weniger hätte es dann auch getan. Aber wirklich, um das nochmal festzuhalten. Es ist ein richtig, richtig toller Film. Ich hatte meinen Spaß im Kino. Super, super, super Star Wars. Das Erwachen der Macht. Klasse. Star Wars, das Erwachen der Macht, dauert 135 Minuten und ist auf IMDb mit 8,8 bewertet. So hoch gehe ich nicht, aber ich gebe gute 82 Punkte. Habt ihr den Film denn gesehen? Wie fandet ihr ihn denn? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wir hören uns dann auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich.